3.155.760.000 Was für eine Zahl. Kann die sich irgendjemand vorstellen? Das sind die Sekunden nur eines Jahrhunderts. Dieses Jahrhunderts, das heute zu Ende geht. Das ist der 31. Dezember 1999. Es ist genau 12 Uhr in der alten, neuen deutschen Hauptstadt. Der Stadt der Verrückten. Das ist kein Witz. Der Träumer. Ich hab einen Job. Der Verliebten. Du bist verheiratet? Am letzten Tag dieses denkwürdigen Jahrhunderts, in dem wir auf der Suche waren nach dem ultimativen Kick. Geschwindigkeit. Demnächst reisen wir mit einer Brille auf dem Kopf in Sekundenschnitte zu jedem Ort dieser Welt. Wir werden nichts mehr berühren, nichts riechen, schmecken. Alles wird sich auflösen, bis es nur noch ein Ruhm und Nullen gibt. Und die Träumer, was sagen die? Dass es nur noch eins gibt, was uns retten kann. Das Unwirklichste überhaupt. Die Liebe. Wer immer von euch sie noch nicht gefunden oder sie verloren hat, sollte heute Nacht nach ihr suchen. Denn dies wird keine gewöhnliche Nacht werden. Ja, bitte nicht glaubst du, Marinda. Vielleicht habe ich ja meine Meinung geändert. Schnee in der Neujahrsnacht.